Hallo, ja ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Holler nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. Lieber mal einen Blick riskieren und sich dafür nicht genieren. Endlich mal wieder an meiner Garage, weil das Wetter mitspielt. Und jetzt will ich mal aufschließen und hoffe, dass ich mich nicht erschrecke, weil da steht echt viel Arbeit drin. Aber was soll's, so ist es nun mal. Also machen wir mal die Tür auf und dann gucken wir mal, was los ist. Ich wollte euch mal meinen Privatroller vorstellen, den ich fahre. Und das war immer mein Lieblingsroller. Dafür habe ich Führerschein Klasse 1 gemacht, damit ich den fahren kann. Und habe mir den dann geholt. Und so, das ist wirklich für mich der Roller schlecht finden. Und ich muss hier jetzt ein paar Kleinigkeiten machen. Und von den Bäumen, da wird ja alles dreckig hier. Also Wetter hier, Armlehne. Hier kann man auch noch ein bisschen was reintun, Schmink, Joy oder so. Andere Seite haben wir das Gleiche. Hier auch. Ne? Oder Handy. Ne? Alles. Ich zeige euch da mal, was da so los ist hier mit dem Roller. Der hat so ein paar Extras und ich finde ihn halt cool. Ich finde, dieser Roller ist einfach für mich wie geschaffen. So Leute, jetzt kommen wir mal hier zu ein bisschen. Was will ich hier machen? Ich will, ich habe eine kurze Scheibe. Ich will diese lange Scheibe abmachen und die kurze Scheibe da dran. Und so. Und will nochmal gucken. Die Standkarte ist ein bisschen hoch. Deswegen mache ich jetzt mal den Motor an. Wir müssen hier Zündung rumdrehen. Bremsvendal dreht es. Ich habe hier nämlich ein Bremsvendal. Dann drücken wir. Merkt ihr, der läuft ein bisschen hoch. Aber hier geil. Wahle Hupe. Kette. Das geil. Ich zeige euch das mal. Seht ihr diese schöne Tröte da? Der Vorbesitzer war ein Tracker. Es ist wie alles. Es ist natürlich immer Geschmackssache. Aber mir persönlich gefällt er. Dafür habe ich, wie gesagt, auch die Führerschein Klasse 1 nochmal gemacht extra. Und das war immer mein Traum, weil ich immer ein Lächeln im Gesicht habe, wenn ich diesen Roller sehe. Das war so ein schönes Teil. Ich zeige euch mal das Cockpit hier. Der war seinerzeit damals schon weit voraus. Dann seht ihr hier, für meine Frau, damit die auch mitfährt. Alles schön. Damit die Kleine auch bequem sitzt und die unterwegs nicht verliere. Wie gesagt, jeder muss das für sich entscheiden. Es gibt so viel Roller. Und das machen wir diesmal keine technische Aktion, sondern ich habe ein paar Sachen besorgt. Schleifpapier haben wir einmal hier. So, jetzt könnt ihr euch vorstellen, was kommt. Und zwar Grundierung haben wir auch hier. Und dann haben wir hier mal schwarz, weil das besonders böse macht. Und jetzt werde ich beigehen. Und dieses Rot, was original ist, überlackieren. Und dafür müssen wir erstmal alles abbauen. Und dann die Vorarbeit machen, Leute. Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich werde das nochmal polieren. Vielleicht wird es dann dementsprechend besser. So, guckt euch das mal von Nahen an. Das ist noch ein bisschen schäckig. Das Ganze seht ihr hier, sieht man es besonders. Das gefällt mir nicht so besonders gut. Ich will, dass das aussieht, als wenn das ein Fachmann gemacht hätte. Und nicht nur Roller Rolf. Und wenn man dichter rangeht, sieht man halt, dann ist es noch ein bisschen fleckig. So, Leute, es wird schon langsam Nacht. Aber das macht nichts, weil ich habe die Erleuchtung. Wir haben jetzt die Hälfte fertig. Das ist der zweite Tag, wo ich dran sitze. Ich leuchte mal ein bisschen. Seht ihr da? Hier hinten. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden. Mal schwarz, weil das böse macht. Hier vorne noch die normale alte Farbe. Es ist natürlich so, es ist immer Geschmackssache. Für diejenigen, Leute, die sich nicht entscheiden können, leuchte ich nochmal mein Gesicht an. Ich bin auch ein geiler Typ. Ihr könnt auch mich nehmen. Genau. Genau. Mir wird gerade gemäht. Oh, ist alles gut. So. Seht ihr, Leute? Jetzt machen wir die Kamera ein bisschen tiefer. Tiefer, tiefer. So gut. Seht ihr, Leute? Ich habe jetzt extra einen Hund hier mit, weil ich gehört habe, Hunde und Katzen, hat Thomas Gottschalk mir erzählt, kommen immer gut an und so. Seht ihr, das ist normalerweise, ist das eigentlich ein spanischer Kampfstier. Gut, der ist heute getarnt, weil der will kein Theater. Ist der lieb? Ja. Hunde sind die besseren Menschen. Der Onkel ist nicht so böse, wie er immer sich anhat. Aber dafür kommst du jetzt nach YouTube, du kriegst einen eigenen YouTube-Kanal. Jawohl. Dann nennst du dich Disco-Doc. So Leute, das zieht sich ja alles tierisch an mit der ganzen Geschichte und so meine Lackiererei da von mein Helix. Ich bin auch nicht ganz zufrieden. Ich muss euch da noch einiges zeigen, aber vorher mache ich erstmal die Hütte sauber. Hätte ich vielleicht vorm Lackieren machen sollen, wäre praktischer gewesen. Ich mache jetzt erstmal alles sauber und wenn ich das sauber gemacht habe, packe ich alles wieder ein und dann zeige ich auch noch so ein paar kleine Schritte, die man machen muss. So Leute, ich habe jetzt die Schnauze voll, nachdem ich die Halle sauber gemacht habe, habe ich die Karre wieder zusammengebaut. Und jetzt will ich auch mal ein bisschen fahren, weil was soll's, nur Schrauben ist ja auch scheiße. Jetzt habe ich dieses schöne Ding und dann will ich auch mal mitfahren und die Sache, wie man das lackiert, die Vorarbeiten und alles. Ich habe seit einem Augenblick keinen Nerv, den einen Tag habe ich die Kamera sogar vergessen und so. Das werde ich in einem der nächsten Videos zeigen, weil ihr wisst ja, jede Woche kommt von mir ein Video. Und da finden wir schon Platz, um euch das zu zeigen, wie ihr so ein Ding ordentlich lackiert. Bis dann, euer Hollerolf. Ciao. Die ist content hässlich, seitdem ich diese Lackierung versaut habe. Jetzt habe ich hier vorne schon mal abgebaut und werde zusehen, ob ich das vielleicht etwas besser hinkriege, weil die Übung macht den Meister. So Leute, was ist jetzt hier los? Und zwar habe ich die Feststellbremse gedrückt und jetzt habe ich ein Problem. Die ist nämlich wirklich fest und jetzt muss ich versuchen, die zu lösen, damit ich endlich mal nach den ganzen Schrauben mit meinem Roller fahren kann. Das wäre nämlich auch eine schöne Sache, weil das Wetter ist schön. So seht ihr, das ist hier die normale Fußbremse und die ist gedrückt und sie geht nicht mehr zurück. Das ist also schon ein Problem, weil da müssen wir jetzt alles abbauen. Und ich zeige euch oben nochmal den Hebel. So seht ihr, das ist hier der Hebel. Man sieht auch, dass der ein bisschen raus steht. Den zieht man normalerweise an, dann drückt man hier und dann geht er eigentlich wieder zurück und unten. Die Fußpendale sollte dann auch zurückgehen. Das alles passiert leider nicht. Deswegen muss ich jetzt mal alles auseinander bauen. Hier unter sind auch noch Schrauben und zwar ist hier eine, da ist eine, da ist eine, da. Hier oben auch. Die kann man ganz gut sehen. Dann mache ich die erstmal ab, weil ich muss ja vorne alles lösen. Die Schrauben sammle ich mir wieder. Das ist schon runtergefallen. Kommt auch in mein Körbchen. Wenn ich das, das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Schrauben nochmal. So seht ihr, ich habe jetzt vorne alles wieder zusammengebaut, habe das auch lackiert. Man sieht ja, dass das doch schon ein bisschen anders ist. Natürlich sind so ein bisschen die Schatten und so. Aber im Prinzip sieht das jetzt alles schon wieder ordentlich aus. Insofern ist alles gut. Jetzt zeige ich euch mal hinten. Da muss ich jetzt noch beigehen. Ich baue das noch auseinander, weil wenn er hier drauf guckt und dann gehe ich mal dichter ran. und ihr dann den Unterschied seht zwischen dem hinteren Teil und zwischen dem Teil da. Dann seht ihr, da ist ein Farbunterschied. Das sieht nicht gut aus. Also baue ich das alles nochmal ab und gehe dann bei und werde das auch noch lackieren. Fehler macht jeder, auch ich. Der Unterschied nur ist, ich zeige auch die Fehler. Wir gehen nochmal rum. Hier habe ich jetzt, seht ihr das, eine Folie drauf gemacht. Da werde ich noch einen kleinen Chromrand rum machen, damit man diese Stellen vom Lackieren nicht sieht. Die Bremse funktioniert natürlich jetzt auch wieder. Das ist auch okay. Insofern ist endlich mein Helix wieder in Ordnung. So Leute, die Karre ist an. Ich werde jetzt eine kleine Probefahrt machen. Alles ist in Ordnung. Ich bin ja schon ein bisschen auf dem Zug. Ich freue mich auf dem nächsten Video. Bis dann, euer Rollerroll. Meine Frau hat gesagt, sie macht jetzt an. Ja, sie hat sich jetzt geistig und moralisch darauf vorbereitet, dass sie eine Woche ohne Rollerroll ist. Weil ich, wisst ihr ja, Rollerroll-Frontur. Heute geht es los. Startpunkt ist normalerweise 12 Uhr. Wir haben jetzt schon mal eine schlappe 477 Kilometer vor uns. Es geht jetzt Richtung Heilbronnen. Wichtig ist, Helm habe ich mitgenommen. Hand zu habe ich mitgenommen, dann seht ihr. Damit ich gesehen werde, habe ich auch noch so eine Weste an. Habe nochmal alles überprüft. Die drei Ws. Geleuchtung, Bereifung, Bremsen. Das stimmt alles. Navi habe ich auch hier. Und? Ganz wichtig ist auch, dass man eine Hufe hat. So, liebe Leute, das war Gummersbach. War erfolgreich, hat richtig Spaß gemacht. Jetzt schmeiße ich die Karre an und fahre Richtung Dortmund. Weil ihr wisst ja, ich brauche ein bisschen länger. In Dortmund sehen wir uns morgen um 15 Uhr in der Brunnenstraße 79 bei Bürgerkind. Ich freue mich auf euch. Und jetzt fahre ich mal los. Mal gucken, ob ich schneller bin wie 33,3. Bis dann. Ciao. 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 Doha, ich das nicht am liebsten, dass ich hier die ganze Zeit sitze und schraube, ne? So. Hat wahrscheinlich Essen vorbereitet, aber, ne, was ist mit Essen? , ne, wir essen heute ganz, ganz, ganz wenig. So, hallo meine Lieben, ja, meine schöne Helix hat unsere Bäume geschnackt. Ja, das ist ekelhaft. Jetzt habe ich wieder diese ganze Kram da drauf. Außerdem habt ihr ja gehört, der Auspuff ist so laut, dann springt er schlecht an. Deswegen muss ich jetzt schnell mal beigehen und muss die Helix in Ordnung bringen, damit ich damit schön zum Rollertreffeln fahren kann. Und ihr nicht denkt, da kommt ihr hier Sehnsucht mit der Harley. So, nachdem ich alle Düsen ausgebaut habe hier, lasse ich den gleich nochmal ab und will euch mal was zeigen. Das ist so geil, das ist die Unterseite vom Vergaser und hier sitzt die Gemischschraube. Ich habe das schon mal gehört, dass das so sein soll. Und so, ich verstehe allerdings nicht, wie man das machen soll, wie man dann da das Gemisch einstellt. Wahrscheinlich nach irgendeiner Norm oder so ein Kram und dann hofft man, dass es okay ist. Na, also, weiß ich jetzt auch nicht. Na, aber wie ist das? Na, ich mache sie jetzt auch gerade sauber. Beziehungsweise der Vergaser ist der kommt sauber. So, nachdem ich alle Düsen sauber gemacht habe und wieder rein, habe ich die Gemischschraube. Diese, die unter dem Vergaser ist, reingedreht und wir haben im Internet Recherche betrieben. Die Gemischschraube wird, wie bei allen anderen auch, jetzt zweieinhalb Umdrehungen rausgedreht. Na, ich hoffe, ihr könnt das sehen, dass da meine Hand nicht vor ist. So, eine halbe, eine ganze, anderthalb, zwei, na komm. So, zweieinhalb. So müsste jetzt die normale Grundeinstellung richtig sein. Ja. So Leute, das ist geschafft, ne. Jetzt werde ich mal zusehen, wie sich dieser Motor anhört. Na, und zwar starte ich mal durch. Mit dem Ausdruck, wo ich jetzt nicht mehr zu einer Rocker-Gegende höre. Und die Leute mich erschrecken, wenn ich ankomme. Ja, ich würde sagen, das hört sich an wie ein Roller. Ich wünsche euch eine Zeit gute Fahrt, liebe Leute. Wir sehen uns denn beim nächsten Mal. Bis dann, euer Rollerholz. Hallo, Rollerfreunde. Ich bin wieder eure Brigitte. Und heute zeige ich euch mal den Ölwechsel an der schönen Honda Helix. Wollte ich letztes Mal hier machen, hatte aber nicht viel Platz, weil ich kein Öl hatte. Und heute zeige ich euch das nicht. So, Meister hat hier schönes Öl mitgebracht. Und wir brauchen ja nur 1 Liter davon. Könnt ihr sehen? 5W40. So, könnt ihr hier die rote Lampe sehen? Das ist ein Zeichen dafür, dass wir jetzt Ölwechsel machen müssen. Erst ist sie grün und dann wird sie ganz langsam rot. Also ist es jetzt an der Zeit, das wirklich mal zu machen. So, ich habe jetzt den 19er Windschlüssel angesetzt und löse jetzt die Schraube. Und ich glaube, könnte ich auch schon mit der Hand lösen. Das ist ein Zeichen dafür. So, ich drücke jetzt den Stab raus. Dann fließt das Öl nämlich etwas besser. So, ich nehme jetzt meinen Schlüssel. Ich stecke den hier in den Schlüssel ein. So, ich nehme jetzt meinen Schlüssel, stecke den hier in den Schlüssel ein. Und jetzt ist die Lampe grün. Jetzt kann ich sie wieder rausziehen. Das heißt, ich kann jetzt so zu viele Kilometer wieder fahren. So, könnt ihr ja jetzt sehen, jetzt ist die Lampe grün. Das heißt, ich kann ungefähr so circa 6000 Kilometer fahren. So, Leute, das war's mit dem Ölwechsel. Und denkt immer dran, der Ölwechsel ist ganz wichtig. Und jetzt versuche ich noch mal. Ah, tschüss. Läh! Läh! Tschüss! Wow! Aber auch mal so einen kleinen Vorrat mit einem Benzin. Falls man mal stehen bleibt, den pack ich jetzt hier rein. Dann habe ich hier jetzt so ein bisschen Altöl und da mache ich jetzt folgendes mit. So, seht ihr, jetzt nehme ich das und tue das hier rein. Alles cool, gibt es schon fast 30 Jahre. Ich bin das erste Mal heute hier, aber ich finde es nicht schlecht. Bis dann!